Oh, windig! Schönen guten Tag! Hi! Es ist ganz schön frisch hier, aber... Aber sonnig! Auto fährt gut und sonnig ist es auch noch. Also wettertechnisch ganz großes Tennis. Guck mal hier, keine, naja fast keine Wolke, aber wenn du dahin guckst, keine Wolke. Traum! Und das am Nubokring, unglaublich, oder? Und was haben wir? März! Wahnsinn! Richtig gut! Ja, hier haben wir den schönen 911.1 GT3 RS, den wir beim letzten Mal schon dabei hatten. Da war der aber noch mit einem Serienfahrwerk unterwegs und jetzt haben wir hier ein wunderschönes MCS-Fahrwerk verbaut. Eines der ganz wenigen Vier-Wege-Fahrwerke mit TÜV. Sehr schön umgesetzt. Kleine Spielereien haben wir natürlich hier auch Raum. Die Katze hier sofort am Dämpfer alles verstellen. Wenn du drückst, runterdrückst, machst du Low-Speed und hier oben High-Speed. Das macht schon Spaß sowas, finde ich. So ein bisschen Spielereien. Jetzt sind wir hier in einem absoluten Grund-Setup unterwegs. Alles steht auf Mitte. Grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Ich bin gerade schon mal ein Ründchen gefahren. Und jetzt werden wir uns gleich mal anschauen, ob das denn auch zeitentechnisch sich wirklich darauf auswirkt. Und ja, wir hatten beim letzten Mal so ein bisschen Traktionsprobleme. Ob das vielleicht jetzt auch weg ist, das gucken wir uns jetzt ganz in Ruhe an in der heutigen Folge. Also viel Spaß! Wie ich gerade gesehen habe, hier die 125 Knöppel. Das war halt beim 911.1 noch so. Du musst jetzt mal alles hier händisch zack, zack, zack. Beim 992 ist dann alles ein bisschen anders. Du hast hier dein Drehrädchen, am besten alles voreingestellt, weißt du. Zack auf Individual und dann läuft das. Hier ist das ein bisschen Oldschool. Aber ich finde es ganz geil, muss ich sagen. Ist halt wie im Rennauto, weißt du. Da gibt es auch nicht einen Knopf für alles. Das macht schon einen Schlangenfuß. Ich freue mich drauf. Geile Soundkulisse, haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt. Und jetzt mit dem neuen Fahrwerk, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir fangen jetzt wieder an. 0,100. Und dann gehen wir direkt in die schnelle Runde. Ich bin wirklich gespannt, wie das so läuft. Ich bin ja schon eine Runde vorher mal eben gefahren, um zu gucken, wo es lang geht, wo ich abbiegen muss. Auto liegt gefühlt etwas satter auf der Straße. Mal sehen, ob sich das bewahrheitet, ob wir das in der Rundenzeit merken. Und vor allem auch, ob wir das natürlich bei der Geschichte 0,100 merken. Weil das ist natürlich so eine Sache, wo ich sagen muss, da war ich beim letzten Mal ein bisschen enttäuscht. 992 KC3 schneller als 991.1 RS, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, wir lassen uns so raschen. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was hat Mois gemacht. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Also, es hat sich auf jeden Fall etwas besser angefühlt als beim letzten Mal. 3,88 Sekunden. So, also, 0,100. Traktionsprobleme sind immer noch da, wie ihr gesehen habt. Die schnellste Zeit war jetzt eine 3,88 Sekunden. Also, keine Verbesserung. Und jetzt machen wir es noch einmal ohne Launch Control. Also, einfach quasi losfahren. 0,100. Und gucken mal, das war beim letzten Mal auch ein bisschen schneller. Ja, prüfen wir es jetzt mal. Wir haben immer noch den Schlupf am Anfang. Ich meine, es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist auf jeden Fall immer noch da. So, ja, 1,4 Sekunden. Zu viel Schlupf am Anfang. Also, wir können auf jeden Fall sagen, das neue Fahrwerk hat nicht dafür gesorgt, dass das Auto von 0,100 schneller ist. Also, traktionstechnisch haben wir immer noch so ein bisschen die typischen 901.1 Probleme. So, Freunde. Jetzt gehen wir in die schnelle Runde und erst einmal ein bisschen krachen. Ich bin gespannt, ob das neue Fahrwerk auf der Runde Zeit schneller ist. Es ist auf jeden Fall beim Einlenken etwas genauer, würde ich sagen. Untersteuern, das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Jepa. Ja, wir haben alles gegeben. Also, vom Gefühl her, habe ich ja am Anfang schon gesagt, etwas satter. Ja, du kannst etwas genauer mit dem Auto fahren, aber dass man jetzt unbedingt mehr Grip hat, würde ich nicht sagen. Also, gerade hier oben haben wir auch gerade wieder einen schönen Quersteher gehabt. Ist natürlich immer blöd für die Rundenzeit. Ja, aber was willst du machen? Wenn du keinen Grip hast, hast du keinen Grip. Also, es hat sich gut angefühlt. Wie war es zeittechnisch? Du warst auch schneller. Ja? 44,1. Also, es war knapp eine Sekunde schneller. Ja. Bist du mehr? 1,2. Nicht schlecht. Also, es hat sich auch echt gut angefühlt, muss ich sagen. Sehr satt. Du konntest... Ja, genau. Danke. Das ist so nervig, das Ding. Du siehst auch immer aus wie ein Auto. Merkst du das beim Fahren? Nö, dann nicht. Da merke ich eh nichts mehr beim Fahren. Ja, weißt du das? Ja. Ja, nee, aber wirklich gut. Du kannst etwas genauer fahren mit dem Auto. Also, ich denke, grundsätzlich hat das Fahrwerk auf jeden Fall das gebracht, was es sollte. Du musst, glaube ich, noch ein bisschen am Setup arbeiten. Da geht noch ein bisschen was. Bin ich sehr, sehr sicher. Aber ich bin echt begeistert. Also, wirklich gut. Einzige, was sich nicht verbessert hat, ist die Traktion. Gerade 0,100 ist völlig unverändert. Da habe ich eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Traktion haben. Wir haben auch komplett gleiche Witterungsverhältnisse wie beim letzten Mal. Aber dem ist leider nicht so. Ist natürlich auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist natürlich, dass du auf der Runde einfach schneller bist. Und das sind wir auf jeden Fall. Also, sehr gut. Extrem schön gefahren, muss ich sagen. Wunderbar. Geiles Auto. Soundtechnisch, oder? Wie, von außen? Hammer. Also, ist schon lecker. So, 991.1 RS ist schon ganz was Feines. Ist halt ohne die ganzen Filter und so weiter. Schön. Das ist richtig angenehm, ja. Doch, muss man sagen. Also, das ist ein gutes Stück Automobilhistorie. Muss auch erhalten werden. Gerade hier so ein Schätzchen. 15.800 gelaufen. Ist ja quasi wie ein Neuwagen, ne? Wenn man sich immer meinen, GT3 hat schon 10.000. Schon? Schon, also. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Ein Jahr alt. Beim GT3 sagt man wahrscheinlich schon 10.000 Kilometer. Wahrscheinlich, ja. Der Jeep Cheyenne, den haben wir seit Oktober, der hat schon 25.000 Kilometer. Also, wir fahren ein paar Meter im Jahr. Ja, herrliches Auto. Und wäre natürlich langweilig, ne? Wenn wir jetzt nichts vernünftiges zum Vergleichen hätten, haben wir natürlich. 992 GT3, auch mit dem MCS-Fahrwerk. Allerdings nur drei Wege, wo ich einfach sage, vollkommen ausreichend. Also, ein Drei-Wege-Fahrwerk in einem Straßenauto, womit du ab und zu auf der Rennstrecke fährst, ist ultrageil. Vier Wege brauchst du nicht. Weil bei einem Vier-Wege-Fahrwerk ist die Gefahr, dass du dich verbastelst und dir ein Kack-Setup da reinschraubst, viel zu hoch. Deswegen auf jeden Fall drei Wege ausreichen. Und jetzt gucken wir mal, was da so mit geht. Also, bis gleich. So, Freunde, dann gucken wir mal. 992 GT3, MCS-Fahrwerk verbaut, drei Wege, mit TÜV. Also, soviel ich weiß, aktuell das einzige Gewindefahrwerk, außer Serienfahrwerk natürlich, für 992 GT3, mit TÜV vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist auch das einzige Moment, wo es verfügbar ist. Ich glaube, die anderen Freunde sind noch nie so weit. Ich weiß, dass KW eins hat, aber ich glaube, man kann es ja nicht kaufen. Aber egal. Wir gucken jetzt mal 0-100. Das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gemacht. Wir hatten das Auto ja schon im Vergleich. Jetzt schauen wir mal, ob sich gegenüber dem 991 GT3 da ein bisschen was tun oder nicht. Genau gleiche Verhältnisse, 8 Grad, Sonnenschein und so weiter. Also alles toll. Ich freue mich drauf. So, jetzt stellen wir uns mal hier an unsere wunderschöne gelb-schwarze Markierung. Und dann gucken wir mal, was geht. Wie gesagt, ich bin gespannt. 0-100. Was geht. Viel bessere Funktionen. Viel bessere Funktionen. Wahnsinn. Ja, das war schon ordentlich, muss ich sagen. Jetzt bin ich gespannt vor an der Sonne. Wir hatten ja eben 3,8. 3,47. 3,47 ist natürlich ein Wort, ne, Freunde. Also 3,47 ist wirklich, wirklich gut. Nicht schlecht. Dann können wir direkt in unsere schnelle Runde gehen. Dafür müssen wir natürlich ein bisschen was umschneiden, ja. Ja, der will einfach mal lieber selber schalten. Ja, schön. Hier ist hier noch ein paar schnelle Ausgangs. Ja gut, hier Kurve. Hier ist das ein bisschen fies. Da vertragen nicht alle Straßenautos wirklich gut die Curves, muss ich sagen. Da hast du manchmal ganz fiese... Ja, das ist wie beim letzten Mal schon gesagt, der klemmt so ein bisschen der Freund. Man fängt hier so anzuspringen oder anzuhakeln, dann ist die ganz so geil. So stelle ich mir das eigentlich nicht vor. Aber auch da müssen wir als Zelle Besinger fahren. Es fühlt sich immer gut an, mit dem Porsche zu fahren. Und du merkst nicht so richtig, ob du jetzt ein Hauch schneller bist oder ein bisschen mehr oder gleich schnell. Schwierig. Also ich bin echt gespannt, was die Jungs mir jetzt sagen. Ähm. Wie schwer zu sagen. Erzähl. Warte, ich mach eben meine Super-Kamera ab hier. Wie hat es sich denn angefühlt? Gut, gut. Also das Auto ist deutlich unruhiger zu fahren als der 991 RS. Wenn du hier links auf den Curb gehst, da hast du schon fiese Bewegungen drin, die du eigentlich nicht haben möchtest. Aber es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Und 0,100 war schneller. Das sehe ich ja sofort. Ja, stimmt. Da war aber 4 Zehntel. So 3,4 Sekunden, 3,47 oder so. Das war schon ordentlich. Also viel bessere Traktion. Du hast es auch sofort gemerkt. Und jetzt will ich natürlich wissen, was mit der Rundenzeit war. 43,08. 43,08. Also im Prinzip eine Sekunde nochmal schneller. Ja. 44,11 zu 0,8 ist Sekunde. Krass. Ja, nicht schlecht. Also man merkt tatsächlich beim 992, es ist einfach das modernere Auto. Und fast eineinhalb zu deinem. Anderthalb Sekunden schneller als die Zeit mit meinem Auto. Ja gut. Aber das war ja so halb nass, halb trocken. Das war letztes Mal, wie wir gefahren sind. Das war wie heute. Ja? Ja. Und dann? Anderthalb Sekunden. So ein Fahrwerk. Das kann ich ja fast nicht auf mir sitzen lassen. Ja mal gucken. Entschuldigung. Eventuell ziehen wir noch einmal unseren Wagen durch. Wenn wir heute mit allem durch sind, dann vielleicht. Ja? Wir gucken mal. Auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie sich das so fährt. Und wenn du vermeintlich das gleiche Fahrwerk hast in beiden Autos. Klar, vier Wege zu drei Wege. Aber trotzdem. Ich sag mal, da lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf. Theoretisch ist es das Gleiche. Und wenn du dann siehst, wie gut so ein 992 GT3 zu einem 991.1 RS geht. Das ist schon krass. Also dieser Generationensprung. Heftig. Ja. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut bitte in die Kommentare, was ihr hier sehen wollt. Wir haben ein paar lustige Gäste noch. Die kommen auch demnächst. Also denkt immer daran. Gebt uns ein bisschen Zeit. Wir müssen uns natürlich auch entwickeln. Aber trotzdem freuen wir uns über alle möglichen Ideen. Also vielen Dank, Freunde. Bis bald. Und tschüss.